Ich habe selten so viele Leute auf einem Haufen kennengelernt, die so sehr anpacken und die so Bock haben und die sich so bewusst sind ihrer Verantwortung und dem, was sie erreichen können. Hallo und herzlich willkommen zur Abschluss- und Eröffnungsveranstaltung von NextGen for Bavaria 2024. Wir wollen Bayerns Mittelstand fit machen fürs KI-Zeitalter, für die digitale Transformation, und dafür sorgen, dass wir für Bayerns mittelständische, familiengeführte Unternehmen und schon heute die Spitzenplätze auf den Märkten von morgen erarbeiten. Dafür haben wir zwischenzeitlich ein Netzwerk von 150 jungen Unternehmerinnen und Unternehmern gebildet, die einerseits Expertise für die digitale Transformation angereift bekommen, auf der anderen Seite aber auch ein einzigartiges Netzwerk bilden mit gewaltigem Unternehmer-Spirit. NextGen for Bavaria ist für mich ein ganz besonderes Programm. Ich würde dieses Programm auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der das Gefühl hat, dass er in der Nachfolge allein noch nicht so 100% weiterkommt und der da gerne noch einen kleinen Boost mit reinhaben möchte. Digitalisierung ist der Game Changer unseres Jahrhunderts. Es ist die industrielle Revolution unserer Zeit, die am Ende des Tages unsere Art zu leben, unsere Art zu arbeiten, signifikant verändern wird. Meine Generation ist als Digital Native groß geworden und ich sehe da eine Riesenchance im Mittelstand, Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. Und wir sind in der schönen Situation, dass wir was gestalten können, die Zukunft von morgen gestalten können. Das heißt, sich die Zeit zu nehmen, voneinander zu lernen, miteinander zu lernen. Wir kuratieren ein Stück weit dieses ganze Innovationsökosystem rund um Unternehmertum und hier in München. Wir wollen wir quasi ansetzen, unsere Kompetenzen, unsere Erfahrungen und das Netzwerk teilen. Dieses Programm hat dazu beigetragen, dass die zukunftssicherheit des Unternehmens definitiv noch besser aufgestellt ist. NextGen4Bavaria ist für mich auf jeden Fall Austausch mit anderen Nachfolgern und Nachfolgerinnen. Extrem viel Input von Expertinnen und Experten und dann natürlich auch sehr viel Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017